Ja, ich möchte jungen Nachwuchsexperten in der Normung gerne mit auf den Weg geben, dass Technik sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Und da ist es auch ganz besonders wichtig, dass die entsprechende Normung daran angepasst wird, dass ich auch kreative Ideen mit in die Normung einbringen kann. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch in der Normung mitarbeite. Ich habe festgestellt, dass ich viele Dinge, die ich in das Normungsgremium eingebracht habe, auch wirklich umgesetzt worden sind. Daher kann ich nur jeden jungen Nachwuchs Normer mit auf den Weg geben, dran zu bleiben, seine Interessen mit einzubringen, um die Technik, insbesondere die Überfalleneinbruchmeldetechnik, Videotechnik, immer ein bisschen weiterzuentwickeln und immer ein Stückchen sicherer zu machen. der